Die kalte Jahreszeit und damit einhergehend diese vorweihnachtliche Zeit lädt uns jedes Jahr aufs Neue dazu ein, innezuhalten. Und dieses Jahr lade ich dich auch dazu ein, dass du diesen Adventskalender mit mir gemeinsam durchläufst, um innezuhalten, um vielleicht ein wenig zu reflektieren, was ist denn im vergangenen Jahr gut gelaufen, was ist anders gekommen, als ich mir gewünscht hätte. Vielleicht ein paar Übungen auszuprobieren oder etwas sogar zu praktizieren, eine schöne Meditation anzuhören. All diese Inspirationen als Einladung habe ich für dich zusammengestellt in der Hoffnung, dass es dir gut tut und dass du von dem auch etwas profitieren kannst. Ich freue mich sehr, wenn du das mitmachst und dann auch deine Erfahrungen vielleicht in den Kommentaren teilst und wir sehen uns dann.